So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer Folge von natürlich World of Tanks natürlich nicht von der Vorstellung oder sonst so einem Scheiß, sondern World of Tanks, wer hätte es auch anders gedacht. Wir sind heute im T1 der Amerikaner, äh, der, nicht der Amerikaner, doch der Amerikaner unterwegs. Grund ist, weil ich hier noch ein paar Punkte brauche, um die anderen Fahrzeuge freizuschalten. Genau, T1 war es. Schuss war scheiße, weil mit dem Fahrzeug traue ich mich hier nur so hin, das ist die scheiße, er hat kaum Panzer. Naja, kann man trotzdem mal ein bisschen ins Gefecht heilen. Oh. Ja, auch mit dem Erfolg ging, dass es eben, wir werden wirklich hier zu dritter, also nur sitzen, Fahrer, Kommandant und alles. Drei Spiele, all das wäre so extrem komplex. Hallo, ich möchte auch noch was machen hier. Ich komme hier vorne nicht hin, das habe ich ja gerade schon gesagt, weil der 1 ist explodiert zu schnell. Ich weiß doch gerade, wo er seine Panzerbund ist. Seitlich sicherlich nicht, da sind die Ketten und das war's. Winde, ich weiß auch noch nicht, aber jetzt. Was? Ich weiß nicht, wie man hochkommt, aber wir probieren es einfach mal. Jetzt schon rum T1 ist. Zweitens kann man bestimmt kein Problem sein. Ist ab gestern so meine Mäusel weg. Die Frage ist, ob ich mich freue oder nicht. Doch, also eigentlich schon. Weil die haben schon sehr, sehr viel Platz bekommen. Und jetzt habe ich natürlich noch meine Mäuse, die ich natürlich so behalten möchte. Scheiße, ich habe es auch geholfen. Scheiße. Wie können wir Hilfe nachfordern? Sind die zwei, oder? Jo, das war's. Alter! Alter! Oh! hoch all das mal mal kommt das war jetzt so richtig richtig nach gewesen als wäre jetzt nur mit dem mann allerdings nicht Halleluja Leute aber sie sind trotzdem vorbei durch ein 4 getroffen das ist echt echt schade aber wir brauchen ja nicht so viele Punkte wir brauchen 24 ich glaube 600 Punkte 400 Punkte den Einpann habe ich schon freigeschalten 300 naja sieht gut aus wir gucken noch mal kurz wie das aussieht T1 ich könnte mir auch das neue Geschütztrad machen aber ja so 280 und dann müssen wir noch eins haben und dann haben wir den M2 und dann können wir uns im nächsten Mal den Verkaufenden zum T2 Medium mal gehen ich würde mal sagen wenn euch der ganze Part gefallen hat gib mir nochmal um wenn ich deinen Daumen nach unten schreibe in den Kommentar ob wir mehr davon sehen wollen oder auch nicht dann müssen wir uns dann bis zum nächsten Mal sagt der Mänesbrot ciao ciao